okay ein flug level mal was neues aber ich weiß ja nicht schießt die luftschiffe ab steuerung so zack ja das Fluglevel ist jetzt nicht so schwer alle Kisten einsammeln ist schon wieder was anderes aber scheint mir auch nicht so schwer zu sein entspanntes Level kein Leben verloren ein paar Äpfel dazu bekommen kein Leben glaube ich also es war 17 oder ja dann sind wir jetzt bei 18 Tell No Tales ein Piraten-Level so sieht man sich wieder Crash Bandicoot Uka Uka und Dr. Contex wollen dass ich dir eine Lektion erteile tja ich habe seit unserer letzten Begegnung meine Mechanik überarbeitet also zieh dich zurück oder werde gelöscht alles klar gelber Pfeil oben auf dem Bildschirm es war hier doch so dass es egal ist oder? wie schnell ich fahre und da ich nicht alle Kisten haben will kann es mir auch egal sein hier oh Gott geht denn hier ab? auch so ach so Gott falsche Richtung Aber ganz schön kompliziert hier. Das nochmal in ordentlicher Geschwindigkeit. Nee, danke, ey. Mit dieser schwammigen Störung. Es sieht ganz cool aus. Es macht auch irgendwie Spaß. Oh Gott. Aber... Ja, muss nicht sein. Keine Zeitbegrenzung. Es ist tatsächlich so. Oh Gott. 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 Gab's ein Leben, aber... Hey, ist mir egal. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Future Frenzy. Okay, also ich brauche oder ich habe noch knapp 20 Minuten. Oh, shit. Solche Art Level mag ich nicht so. Gott. Mit Rollfädern, ey. Kack. Nee. Ich kriege doch direkt schlechte Laune hiervon, ey. Also den Bauchplatscher kann man nicht nach dem zweiten Jump machen, soweit ich es jetzt mitbekommen habe. Okay. Nee. Da muss ich auf den Kopf. Yo. Ist das fies. Ah. Okay. Cool. Schade, hab da die Maske verloren. Gut. Boop. Keine unnötigen Risiken. Oh Gott. Da wusste ich nicht genau, was auf mich zukommt. Oh. Kristall hab ich schon. Oh. Das ist. Die Äpfel hab ich jetzt langsam nötig. Was? Das ist. Das war aber knapp. Da hab ich noch ein bisschen federn gelassen. So. Ich schau mal. Ja. Jetzt schau ich sogar noch den Boss. Zeitlich müsste das noch hinkommen. Dieses Level plus der Boss. Immer natürlich davon ausgegangen, dass es kein Ultra Level ist. Auch in diesem Part werde ich es erwähnen. Native Fortress. Was? Halt dein Maul ey. Was? 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 Kann ich jetzt schwimmen? Was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe 14 Leben, es ist okay. Eine Kiste schon mal verpasst. Nee. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh was? Nur weil ich diese Kackäpfel dann noch haben wollte ZDF, 2020 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 Den kann ich also nicht zertreten in der Luft. Schon wieder unnötig Leben verloren, aber... Was soll man... WAS?! Das war Buggy da... Kack Leveling! Aber nicht so große Verluste... Schon, aber ist okay. Speicher nicht vergessen immer vom Boss. Weil 10 Leben oder so will ich nicht an ihm verlieren. Das war doch der mit dem Roboter, dem Flug-Schwebe-Roboter. Oder? An den kann ich mich erinnern, der war mittelschwer. Ja... Schon... Doch... Näh! 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 Däh! Näh! 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 Ehh! So, nur noch eins Bam Wow Die Bosse sind hier echt nicht schwer Das ganze Spiel ist nicht so schwer Muss man schon sagen, also Wenn man es natürlich nicht auf 100% spielt Aber, oh, zweite Phase Sehr geil Die hier sind besonders nervig Möglichst fokussiert Welche kaputt machen, dann Hat man es auch leichter Aber es ist echt nicht schwer Mich im Eimer Schon wieder So Vorher nur mit Einstwache Okay Jetzt habe ich die Eine Apfelkanone Kostet mich das Äpfel? Ich muss auch noch einkaufen, ey. Scheiße. Oh, mir brummt der Schäde. Ich bin im Moment einfach nicht ich selbst. Aber das Ende ist in Sicht. Sammle noch fünf Kristalle und du wirst meinen Plan durchkreuzt haben. Oder nicht? Alles klar, ich schau mal auf die Uhr. Ähm, ist ein guter Zeitpunkt. Echt cool. Ähm, dann machen wir das. Und das war's doch dann. Wir sind in der letzten Welt. Jo, wird wenige Parts haben, dieses Spiel. Aber hey, geht nicht anders. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.